Ich verlegen heute mal Rakete mit, ich glaube schon viel Radar drin oder viel Vogelschrecks, ich weiß nicht. Ja, zünden an. Und das Ding ist genau da gelandet. So, hier haben wir noch, unterwegs sind wir hier, ich muss aufpassen. Bummt uns die man sieht, da Kugelbomben hoch waren. Und da hinten, also Taschen von Kugelbomben, also.